Walter Abel war ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben Walter Abel erhielt seine Schauspielausbildung an der American Academy of Dramatic Arts in New York City. Seinen ersten Auftritt hatte er im Repertoire Theater und im Varite am 1. März 1918 seinen ersten Auftritt als Profi im folgenden Jahr am Manhattan Opera House. Danach war er am Broadway tätig und kam Anfang der 1930er Jahre zum Film. Frank Bortzager besetzte ihn 1930 in seiner Filmadaption von Ferenchmolners Stück Lilium. Doch erst fünf Jahre später erhielt er seine nächste Filmrolle. In Die drei Musketiere spielte er 1935 den Datechnen. Seit dieser Hauptrolle war er nun noch selten auf der Theaterbühne zu sehen. Dies lag hauptsächlich an seiner kompakten Figur, mangelnden Redegewandtheit und dem damit einhergehenden schwachen Charisma. In den 1950er Jahren konzentrierte sich seine Tätigkeit auf Rollen in Fernsehfilmen und Serien. Walter Abel war mit der Konzerta-Fanistin Marietta Bitter verheiratet. Er starb 1987 an den Folgen eines Herzinfarkts. Filmografie 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 Filmografie